Jetzt geht es weiter. Sie kann ihr Attacken spammen und die Giftmacht macht so mega viel Schaden. Das ist irgendwie leicht schlecht. Wie stimmt denn, der ist ja gar nicht mehr da, der Tower. Oh, der Tower, der fast gar kein Schild. Level 1? Ihr habt einen. Ich werde das mit dem. 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 so kriegst du es nicht kleine Hure ok hier wieder worden und erst mal weggehen das habe ich da schön viel Geld durch den Taten bekommen das heißt das ist auf jeden Fall schon einer und einer schon und ähm wie ihn jetzt habe ich es wegen Yasu Mercurys wären zwar auch sehr sehr gut wegen Akali und Dingens ich kann immer noch ich glaube aber ne naja ok 2-4 ok dann scheiß ich jetzt schon wieder das ist das selbe, sehr gut ok ok also meine die 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 j die Da hab ich auch ne angenehme Malage genannt und ich könnte vielleicht mal gucken, ob ich denn Du musst von dem Steirn kommen, so ein Spitz Tschüss die 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 oder das Was ist das Fell? Ich seh's immer! Das war echt schlecht bei mir. Ich muss einfach fragen. Bring it on! Das Wort hat mir leider nicht das Leben gerettet. Was daran wahrscheinlich lacht. Ja, geschneppt hat. Nur, das mich sehr sehr ärgert. Ich push weiter Top. Ich komm da jetzt in die Mitte. Wenn sie schon mal zu zweit auf der Top waren, um mich zu töten, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Mittelfinger. Ja, mein Farm, der legt sich gerade wieder. Was ist das? Scheiße! Ich bin einfach ein Kauzgell. Ich bin einfach ein Kauzgell. Ich hätte auch noch meinen Ignite gehabt. Jetzt bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das ein Faker ist, weil Hand of Blood nie... Also Max Hand of Blood... In einem Video... Gar nicht mehr. Das ist jetzt zumindest meine Annahme. Ich würde fahren, das würde ich aber stärken. Weil wenn ich dann nur noch Kritte, dann wird's Hammer. Dann wird echt witzig. Dann wird's oberwitzig. Mein Form! FZ. Ja. Ja. Ich hätte ein bisschen... Ich muss gerade noch mal reinstellen lassen, einfach. So bin ich einfach rum. So. 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 Oh Ulti, das ist mir noch zu gefährlich. Und da hat sie auf Held wiedergemacht, wenn sie es sehen. Ähm, ich habe mich jetzt exekutet, damit ich, ähm, Marx und natürlich den Kill bekommt. Weil der hat schon 6 Gehilfe, die Cassiopeia. Die steht 2-6. Also würde dieser Kill zwar wieder Gold bringen, vor allem weil ich jetzt wieder ein paar Kills hatte. Also 2, um es genau zu nehmen. Da war aber krass, dass ich Yasuo und Cassiopeia blattgemacht habe. Irgendwahrscheinlich daran, dass, ähm, Cassiopeia ihr, ähm, Wurzeln zu besuchen hat. Ich wollte gerade sagen, da steht ein Wort, da steht ein Wurzeln. Da steht ein Wort, klar. Na, mein Wort ist kein Klecker. Ich versuche hier weiter den End, das ich da stehe einfach. Einfach weil die... No, mein okay. Ich habe gerade ein Problem, ich sehe auch Talons seine, äh, wenig richtig, sondern nur als diese Mini-Kreise. Du kriegst mich nicht down. Die Ulti hätte Talon killen können. Wenn die wirklich 700 Schaden macht, weil wir sehen ja, Talon hat... Okay, ein Magier ist jetzt das Item, hm, 45, hat er 100. Vorab wie geschieden wurde es also von der Hälfte des Schadens. Sind wir bei 450. Okay. Legendary. An enemy has been slain. Ich finde es krass, der Schaden von Jax, also ich habe Jax seit einer extrem langzeitiger gespielt. Und seitdem, muss ich wirklich sagen, sieht es wirklich gut aus. Dafür, dass ich schon so lange... Ja, Kali ist schon wieder gestorben. Ich zweifle immer weiter daran, dass das einfach bleibt. Ich zweifle immer wieder den Blumen auf, das war witzig. wieder auf ein paar Niveau, den Typkatate bei Gr nasty hello-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Tja Bis zum nächsten Mal.